Hier zeigen wir eine Waschreihe aus Mineralguss, die wir ebenfalls aus dem Material Edelstahl liefern können. In Kombination mit einer Eingriff-Selbstschluss-Standbatterie, hier Laufzeit einstellbar und Temperatur regelbar in einer Bedieneinheit. Weitere Möglichkeiten bestehen in einer Auslösung mit einem Soft-Touch, sodass auch für Kinder oder bewegungseingeschränkte Personen die Bedienung möglich ist. Modelle mit der Laufzeitverstellung wie hier oder auch Modelle mit einer Durchflussverstellung von außen gehören zu unserem Lieferprogramm. Neben der Armaturen-Variante Tempo Mix 3, die ich eben erläutert habe, haben wir weiterhin natürlich auch Wandarmaturen. Hier eine Tempo Matik Armatur, eine Sensorarmatur mit Batteriesteuerung und weiterhin eine Tempo Soft 2 Serie, auch mit Soft-Touch-Kartusche. Musik Musik Musik